Ich habe den schärfsten Döner der Welt bestellt und einen normalen Döner. Wenn du es bis dahinten schaffst, mit einem halben Herz heile anzukommen, kriegst du den normalen Döner, sonst musst du den schärfsten der Welt... Ich will Döner! Deal or no deal? Deal! Ich will Döner! Ganz easy, einfach. Da muss ich durch? Ja. Okay. Nein. Hä? Ist doch easy. Wie? Nein! Das war nicht abgesprochen. Hä? Wie jetzt? Wie soll ich über Magpablette rüberhauen? Du musst den schärfsten Döner der Welt essen. Du hättest ganz easy rübergekommen. Ich hätte schicken können! Ich hätte schicken können! In einer halben Stunde kommt der schärfste Döner der Welt. Ich habe gesagt, die sollen alles drauf machen, was geht's. Oh mein Gott, ich sehe das Chili-Pulver. Okay, 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 okay. Guten Hunger. Hey, den Körper! Den Körper! Den Körper! Den Körper!